So, bevor ich morgen etwas rauchen werde, das mir wahrscheinlich nicht so schmecken wird, zur Daily Kopfbau Nummer 200 Special Folge werde ich heute nochmal etwas rauchen, was mir sicher schmecken wird. Und zwar den SOMO Spiced Herbs. Den Tabak habe ich euch vor etwa einem Monat oder so das letzte Mal gezeigt. Das ist zur Zeit einer meiner absoluten Lieblings-Tabak. Den kann ich wirklich fast täglich rauchen. Und jetzt spare ich etwas mit der neuen Dose. Und ich werde den Tabak auch heute wieder mischen. Und zwar wieder mit dem Dry Sahara. Ich werde das ähnlich wie mit dem Tasmanialyptus gestern handhaben. Also einfach etwa 20-30% vom Dry Sahara rein. Und dann schmeckt das Ganze wahrscheinlich ziemlich gut. Und ich werde mir den Kopf wieder im Huka Blend Harry Potter Edition bauen. Und ja, dann lege ich gleich mal los. Auch hier ist es wieder extrem schwer zu erkennen, wo die Grenze ist. Aber ich habe etwa diesen Teil hier mit dem Dry Sahara gebaut. Den Rest den Spiced Herbs. Wieder randhoch, ganz fein angedrückt. Hier ragen noch einige Plättchen über den Rand hinaus. Aber das macht so nichts. Ich werde jetzt wieder die Alufolie spannen. Und dann kommen wir auch schon zum Fazit von der Mischung hier. So, also zuerst einmal, so in den letzten drei Folgen oder so, hatte ich das Mikrofon falsch eingestellt. Da war der Sound beim Fazit dann jeweils etwas schlecht. Aber das sollte jetzt eigentlich wieder passen. Und ja, dann komme ich auch schon zum Fazit von dem Tabak hier. Also von der Mischung hier. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hätte etwas mehr Dry Sahara reinmachen müssen. Weil so wie ich es jetzt gemischt habe, schmecke ich eigentlich gar nichts vom Dry Sahara raus. Ich denke, das könnte man sogar halb-halb mischen. Also hier überwiegt der Spiced Herbs extrem. Was mich aber natürlich auch nicht stört. Denn wie vorhin schon gesagt, der Spiced Herbs ist absolut mein Lieblingstabak zurzeit. Also das stört mich jetzt nicht, dass da kein Dry Sahara drin ist. Aber ich denke, ich werde das dann noch einmal ausprobieren. Vielleicht halb-halb mischen. Weil ich denke, es könnte auch ziemlich interessant sein mit dem Dry Sahara noch drin. Ich mag allgemein, wenn ich den Dry Sahara mit etwas fruchtigen Flavors mische. Und dann finde ich, ist die Kombination immer extrem lecker. Aber ja, jetzt habe ich halt nur Spiced Herbs sozusagen. Aber schmeckt er trotzdem. Ich kann den Tabak nur empfehlen. Es ist sehr, sehr speziell. Also ich kann es jetzt auch mit nichts vergleichen. Der Tabak ist Karamell-Kräuter. Und ja, ist etwas schwierig zu erklären. Aber auch hier, wenn ihr die Chance habt, probiert ihn irgendwo, bevor ihr ihn kauft. Aber mir persönlich schmeckt er extrem gut. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.